Was ist das denn? Aber wissen wir alle was das ist. So Ja ansonsten verkaufe ich jetzt gleich die Bäume, die bringen mir ja gar nichts mehr irgendwie Das ist kurz natürlich noch so gerne darauf rumdachseln Und komm geschlüpft Da ist der scheiß Donut Leck mich am Arsch, wenn du nicht willst du dich auch nicht Ganz einfache Kiste Aber 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 die Band mäßig Wo haben wir denn Jetzt Hab ich den schon verkauft? Ich such grad hier Sollen wir stehen Hier mach ich nochmal ein neues Neue Pflanzen hier hin Komm Arschlecken hier Das war einmal Hau ab da jetzt Lächeln in den Graben Wo war das andere? Das andere war Hier ne Ja Da ist es ja Da ist es ja Sorry Friend Aber Nicht unbedingt Ich muss ein bisschen Platz schaffen hier erstmal So ein Haselnuss Und ein Apfelbaum Oh neue Samen Apfel Samen Apfel Samen Apfel Samen möchte ich hier hin haben Und Haselnuss Samen Bitte Ähm, wo hab ich das doch gemacht? Da Ach Ach jetzt hab ich Vollkommen verdattelt Dass hier neue Pflanzen da sind So So Erdnuss Samen Nice Ist das jetzt ein Busch Oder ist das äh Ich hätte das mal hierhin pflanzen Wenn das ein Busch ist, würde es eigentlich ganz gut hier hin passen Oha Alter Schwede, das weckt aber ganz schön schnell das Ding So, ähm Was haben wir hier? Nicht schlecht Anscheinend Man macht das Ding direkt auf Diese Position So Und Dann will ich auch mal kurz Glucksen Ob unsere nette Freundin hier nicht noch neue Pinatas hat Eine Kuh oder sowas Japp Ponocki Wat um Himmels Willen ist ein Oh ist das süß Tschüüüüss Hört damit Ponocki komm Ach du Scheiße Das ist ein Esel oder sowas. Er ist doch voll knuffig. Jetzt haben wir leider einen Baum im Garten. So hat er eigentlich nicht so unbedingt. Naja. Ich hab da jetzt einen Baum, da einen Baum, da einen Baum, dann da hinten einen Baum. Hier hätte ich noch so einen Baum hingekonnt. Ne? Ein bisschen Höchstrasen verwandeln hier. Omponokki ist ja voll knuffig. Halt! Ich kann mich leider nicht um euch kümmern. Ja, das macht alles sofort in dieser Position hin. Bewässer den einfach mal, vielleicht bringt das ja was, dass es dann länger hält oder so. Ich weiß es ja nicht. Gott, der Baum steht. Das ist halt nur scheiße, dass du jetzt nicht voller machen kannst, dass du jedes kleines bisschen jetzt mal hingehen musst. Na gut, wenn wir es gleich haben, dann müssten wir das nächste Level erreicht haben. Das ist auch schon mal was, da haben wir ja, ich glaube, vier Level diese Aufnahme hier durchgezogen. Ist ein super Start, also was heißt Start. Ist eine super Aktion gewesen. Aber man ja bedenken muss, am Anfang haben wir gar nichts hingekriegt so oft bei der Aufnahmesession. Und jetzt so am Schluss, zum Schluss hingehend, auf jeden Fall etwas gedeichselt jetzt hier. Ja, dann will ich nochmal gesagt haben, wenn ihr unbedingt mal einen Namen für ein Pinata geben wollt, könnt ihr es gerne machen. Oder wenn ihr Musik macht und gerne Werbung für euren Kanal machen möchtet, sinnvolle Werbung, wie wir es heute ja schon hatten, das Thema. Dann schmutzet es mir in die Kommentare, dann werde ich eure, wenn ihr einen Namenvorschlag habt, den dann hier reinschmeißen und dann euren Kanal dazu verlinken. Oder wenn ihr sagt, ihr habt Musik, die ihr gerne verleihen möchtet, auch das gerne anschreiben. Und dann werde ich eure Musik verwenden und eure Account in die Kommentare schmeißen. Bessere Werbung kann man sich gar nicht wünschen. Und du scheiß Baum, sei eigentlich mal ausgewachsen. Sieht auch sau merkwürdig aus. So, Apfelbaum und Haselnussbaum stehen wieder. Das ist ganz gut. Jetzt noch ein Deichsen hier. Was zur Hölle? Hu! Ha, 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 ha. 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 Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ist das geil. Nice. Das ist ja cool. Schönes Ding. Aber der Haselnussstrauch ist noch gar nicht fertig. Ich erkenne gar nicht, dass da irgendwas noch am aufbauen ist. Ist das geil. Kommt euch das mal an. Na, bist du altversichtig hier oder was? Und da hinten ist der Kerl. Ist das geil. Der scheiß Baum wird nicht fertig. Ich glaube, das ist ein Bug. Da ist noch ein Donut. Tja, der Bonocchi läuft hier rum. Ist ganz alleine hier. Ich glaube, ich muss den Baum gleich nochmal vorne aus dem Pflanzen, weil der wird und wird nicht fertig hier. Kannst du machen, was du willst. Ah, sag mal. Du bist mir auch egal geworden, ey. Naja, müsste jetzt schon fertig sein. Sonst hätte ich ja den nicht angelockt. Weißt du, warte. Wir müssen nochmal eins machen. Hier, komm. Ich werde jetzt noch einen basteln. Ich werde gleich einreißen müssen oder sowas. Wie schnell bin ich denn am besten mal hinne? Komm. Knallen wir hier hinne. Gras mähen. Noch graben. Ich will ja auch die Erfahrungspunkte haben. Ich habe ja jetzt keinen Bock, dass jetzt das Ding da... Ne? Versteht ihr ja, ne? Ich kann jetzt hier machen, was ich will. Mehr als nächstes Mal Wasser dahin gießen. Haltet die Polter. Meine Fresse. Wie schnell ist denn das jetzt hier wachsen, du? Ist das süß. Guckst dir an. Kann ich jetzt... Sehr schön, dass euch das alles gefällt die ganze Zeit, aber... Ich habe da jetzt auch keinen großen Bock zu. MP ist sehr unglücklich. Nein, MP, 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 MP. Wo bist du, MP? MP. MP, du darfst nicht unglücklich sein. Wo ist er jetzt? MP? Ach, MP. Du bist doch nicht MP. Das ist ein Lecko. MP ist doch ein Squuzzle. Squuzzle 4. Der MP? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Der MP haut mich gleich ab. MP, was machst du für eine Scheiße? Ja, das soll es sein. Was soll ich jetzt machen, MP? Was soll ich jetzt machen, MP? Ey, der Impil stinkt sauer Was zur Hölle Warte mal Ja genau das Irgendwie mach doch nicht so ne Scheiße jetzt mit mir Drei Haselnüsse gegessen Alter, ich brauch die Haselnüsse, ganz schnell Unusmomentus Pafavor Fick dich Ich brauch Haselnüsse Ganz viele Ja damit Was ist das jetzt Warte Was Das 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 Was soll ich denn jetzt machen Impi Jetzt ist Chica unglücklich, warum Leute, was ist los Wieso